Garage Zimmerli, die freundlichste Garage in Kanton Aargau. Unser Betrieb wurde vor über 20 Jahren gegründet und seit 2011 ist Giuseppe Longa der neue Inhaber. Mit Subaru und Suzuki bieten wir hochwertige Allradautos, die perfekt sind für die gebirgige Schweiz sowie langlebig, sicher und ressourcenschonend. Giuseppe Longa führt Sie gerne durch das grosse Neuwagenangebot. Der beantwortet ausführlich alle Fragen und macht Ihnen ein überdurchschnittlich gutes Preis-Leistungs-Angebot. Nach dem Kauf verböhnt Sie unser bestens geschultes Personal mit hervorragendem und schnellem Service zu vereinbarten Kosten. Auch Lehrlinge gehören zu unserem Team. Dank freundlicher Betreuung und Top-Service verlassen Sie unser Autohaus immer mit einem guten Gefühl. Garage Zimmerli, die freundlichste Garage im Kanton Aargau. �aca im Kanton Aargau. vegetables von Paul 플러ee. rar Untertitelung des ZDF, 2020